hallo leute willkommen in der folge let's play minecraft mit euren hier okay ich wollte ein mikrofon richtig machen dankeschön wir wollen ja hier unser unser raum hier ein bisschen einrichten denke ich das glaube ganz gut das ganze bisschen machen so ich gucke mal ob patrick hier schon irgendwas weiter gemacht heute draußen da war letztens ist ich abwesend wieder kurz auf den servers habe ich gesehen hat sich da was getan ja naja keine ahnung fleisch ich überlege auch noch mal hier wie noch so ein weg irgendwo zu bauen oder wir lassen das alles hier in einer art baustelle und kann hier hinten noch mal so ein haus bauen hätte ich auch mal lust irgendwie zu aber mal schauen die seite muss noch gebaut werden irgendwie das war noch fehler wo man ist fertig holster wollen holster skeleton so als die eine esel irgendwie und fertig so abgerichtet so stammt uns hier holz und heute machen wir komplett die in architektur also in einrichtung auch wenn nachts nicht der beste moment dazu ist muss ich ganz ehrlich sagen hey 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 das ist doch ein bisschen an der wir diesen großen baum angefangen hallo spinne alles gut bei dir ich sollte ein bisschen was essen bevor ich draufgehe passt sogar die sonne geht auf das heißt gleich keine gegner alle keine gegner ich spreche voll die großen bäume in die luft das kontraproduktiv wenn ich nie abbauen will wir können ja so landschaften später auch noch reparieren auch erst mal holz so so sehr gut 60 holz haben wir schon es ist schon 60 dieser baum nach pflanze dinge direkt benutzen damit unser holz nicht ausgeht mich provoziert das aber gerade so ein wenig dass der holz nicht so nach wächst noch den baum haben wir operiert wieder ich wurde angeschrieben so ah discord hey wo zockst du gerade tja bin minecraft dude krippe attacken so wir müssen die ganze gegend hier nicht unnötig für uns schönern nicht so wie praktisch fliegende gebäude fliegende ja wir heißen die bäume ja das meine ich so So, reichen zwei Stück. Eigentlich müssen wir ja noch mit einer Schere so ein paar Dinger nehmen. Eigentlich, wir müssen schon dabei sein. Egal, in der Inrichtung. Oh, hier noch ein bisschen was abbauen? Nee. Beziehungsweise ist auch hier die Wände hier fertig. Da, 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 da. Da, 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 da. So, so. Das können wir hier auch zumachen, glaube ich. Ja, hier haben wir dann schon mal quasi den Raum, die wir frei dekorieren können. So. Mal gucken, was wir hier für einen Raum machen. Habt ihr noch nicht so richtig Ahnung, was wir hier für einen Raum machen? Und hier auch noch nicht. Hier können wir so ein Ding reinmachen, können wir hier noch so, ne, Bücherregale reinmachen. Hier können wir eine Treppe nach unten. Glaube ich, dass wir hier eine machen könnten, das Kopass. So. 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 Mit. So. So. bewegt dich mal weg tyler und ich gern so so wie so nachttisch haben warte mal kann doch bestimmt so halt platten die wir einrichten ja kann man so lassen muss man nur nicht wenn sie so viele kerbe an decke man hat auch immer sie halt ein bisschen älter aus oder wenn er nicht es hat dann die wieso einen alten flair ja hier ist also das bohren hier fangen wir an hier können wir dann ich weiß nicht hier können unser kleines land so ein kleines lager dann hier rein machen aber was das kleines lager hier können wir halt nur 32 g ist ein bisschen viel oder das geht ja auch so jetzt gar hier ist noch einzeln machen stimmt ich vergaß ich vergaß hier können wir dann sortieren doch ich bin das ganz gut so jetzt nehmen wir hier ach ja so ein ofending müssen wir auch noch im platz hier war so ein schmelzraum ist ja hier ist alles jetzt ein bisschen dunkel brauchen wir hier licht das heißt ja mal ein paar fackeln hier war noch so viel kram das fenster müssen wir ja auch noch rein irgendwie bringen ich weiß nicht So. Sieht da was aus, oder? Kann man lassen so? Na ja, ne? Warte mal, vielleicht können wir damit auch was Dekoratives machen, wartet. Ja. Ja. So.